Wir nähern uns der Küste! Irgendwelche Feindbewegungen? Nicht eingetroffen, Sir. Es geht also nicht nach Hause. Noch nicht. Ich sag's den Männern, Sir. Wir haben einen feindlichen Funkspruch abgefangen und entschlüsselt, Sir. Ich höre. Die Nachricht lautet, 27 VMB ist bereit und mit voller Kraft unterwegs. Was bedeutet 27 VMB? Daran arbeitet der Geheimdienst gerade, Sir. Bis Sie es wissen, ist die Information unbrauchbar. Es ist bestimmt eine Schiffsformation. Das müssen wir überprüfen und uns dann darauf vorbereiten, sie anzugreifen. Und zwar schnell. Sir, jawohl, Sir. Was ist, wie Sie schauen. Was ist, wie Sie sagen? Das kann man nicht so sagen. Siegdienst-Tag. Bis siegdienst-Tag. Siegdienst-Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020